Unser Unternehmen ist die Tischlerer Telser HG, bekannt als die Telser Türen. Wir produzieren Türen des ganzen Sektors, sei es Haustüren, Innentüren, Schallschutztüren, Objekttüren. Alles was mit Türen zu tun hat, decken wir ab. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern, im Raum Südtirol, Tirol, Radlberg, Schweiz, hauptsächlich tätig. Mit der Firma Moorickl, die ist uns schon seit jeher bekannt, die kommt aus der Landwirtschaft, wie wir sind. Wir arbeiten mit der schon seit jeher 30 Jahre zusammen. Die Firma Moorickl hat bei uns für die elektrischen Anlagen alles zu 100% ausgehört. Ich muss sagen, wir wurden sehr zufrieden, was das ist umbelangt. Vor einigen Jahren haben wir die Photovoltaik-Unlage auch installiert, auch über die Firma Moorickl. Wir sind zurzeit tätig mit der Holzbegasung, der thermische Umlage, wo es zurzeit auch für Moorickl betreut wird. Wir haben schon gesagt, für die Ausführungen und Betreuung sind wir sehr zufrieden. Ich spreche da, das ist jetzt auch jetzt über die 30 Jahre hinweg und der Betrieb ist auf jeden Fall wieder zu empfehlen.